Megan Markele, 36, lebt einen Mädchentraum. Am 19. Mai gibt die US-Amerikanerin mit ihrem Harry, 33, einem echten Prinzen das Ja-Wort. In royale Kreise einzuheiraten, bringt aber so einiges an Veränderung mit zu sich. Besonders wichtig ist, dass die ehemalige Schauspielerin offiziell Teil der britischen Royal Family wird und somit auch einen eigenen Platz im verzweigten Stammbaum der Familie bekommt. Erst vor zweieinhalb Wochen verschob sich mit der Geburt des dritten Cambridge-Brösslings wieder die Thronfolge. Dass Megan je Königin von Großbritannien wird, ist jedoch so gut wie ausgeschlossen. Ihr künftiger Schwiegervater, Prinz Charles, 69, wird den Thron von seiner Mutter erben. Direkt unter ihm steht an zweiter Stelle der Thronfolge Prinz William, 35. Danach folgen seine drei Kinder, George, 4, Charlotte, 3, und Louis, zwei Wochen. Erst dann kommt Harry an sechster Stelle. Ein gemeinsames Baby bekäme sie mit Platz 7 in der Thronfolge. Einen Überblick über die gesamte Familie und der Queen Elisabeth II. 92. Bekommt ihr in unserem Stammbaum oben. Wie die große Hochzeit in rund einer Woche genau abläuft und wo ihr sie mitverfolgen könnt, erfahrt ihr im Video unten. Titel für die gemeinsamen Kinder? Auch wenn zukünftige gemeinsame Kinder Teil der Thronfolge sein werden, einen Prinzen- oder Prinzessinnen-Titel erhalten sie nicht. Anders als die Kinder von Harrys Bruder William und dessen Frau Karte, 36. Stattdessen werden sie Lorde oder Lady als Titel tragen und auf der Nachnamen Mountbattenbinds erhören. Was die schöne Verlobte von Harry selbst zu Familienplanung sagt. Das erfahrt ihr im Video unten, alle News zum britischen Königshof auf einen Blick. Die bekommt ihr in unserem Royal Newsletter, gleich unten anmelden. Magans Ring Nur für dich, wenn du genauso verzückt vom Anblick des Verlobungsrings von Meghan Markle bist wie wir, haben wir exklusiv Neuigkeiten für dich. Bei Bunte.de kannst du den Ring in der Gold- oder Silber-Variante nachschütten. Und er sieht dem Original zum Verwechseln ähnlich. Doch aufgepasst, es ist nur eine streng limitierte Anzahl verfügbar. Also hol dir jetzt gleich das royale Schmuckstück an deinen Ringfinger. Die Ringfinger